Linke Schulter dreht, gehen, 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 am Bein und los. Hinsetzen. Du kannst ein klein bisschen mehr schon auf dem Hinterbein sitzen bleiben. Immer den Gedanken haben, dass er dich hinten trägt, jetzt schon. Du bist ja weich in der Mitte. Sehr gut. Und Platz nehmen. Sehr gut. Jawohl, Feini. Super. Sitzen. Ruhig durchsetzen. Wenden. Durchsetzen. Sehr schön. Gut.